Der Schnee war nicht immer Anfang Dezember da, absolut nicht. Es gab Weihnachten, die ohne Schnee waren. Was aber sicher so war, ist, dass man die sogenannte Steinski, die alte Ski braucht, weil es einfach viel mehr Steine auf der Piste gab. Wenn wir jetzt vor Weihnachten die Piste aufmachen, muss das Produkt top sein.